Okay. Danke, Herr Euler. Waren Sie noch nicht fertig? Ich hab noch mal nachgedacht. Es ging mir gar nicht mehr aus dem Kopf. Das Fenster. Ja, ich hab kaum geschlafen und da ist mir eingefallen, dass ich das Ganze noch mit etwas Leinöl nachbehandeln könnte. Leinöl? Ja. Berechne ich auch nicht. Gehört zum Service. Also haben wir nichts Handfestes gegen ihn, oder? Ich glaub ja, der Körner war's. Bitte? Ich kenn ihn noch aus der Schule. Der ist gewalttätig. Hat mir mal die Nase gebrochen. Waren? Ja, das muss so fünfte, sechste Klasse gewesen sein. Ihre Nase ist ja wieder schön verheilt. Funktioniert das Fenster wieder? Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017